kann man hier lang nähe ich schiebe ich rein wow wie viele wir wollen krieg versuch nicht dass dahinter der kommt wollen wir diesmal auch hier plakaten dinge ich muss sagen die map ist schlecht gemacht bis jetzt dafür dass auf der start da und wow dafür dass auf den startseite kommt ich war einfach nur neu und deswegen haben sich reingeschmissen komm wieso nicht mit der seite klar hat mich ja vorhin erst angemeldet naja hat lange gedauert bis man sich mal wieder anmelden konnte oder nee erstmal muss man wieder das downloaden können dann halt nochmal die runde 4 ist doof die lässt uns alle immer zu warum sport war mit wasser vor die schnauze ich kann dann einfach mal eine strömung und dann möchte ich da weiter wasser schön wasser wenn sie uns dann nach uns spawnen dann sind wir gefickt kolleite in dein haus du wolltest dir aus keine keine waffen man kann sofort jetzt so gut ich habe strom und da wird und was ganz großes dass die box vorbeigelaufen warum die box ist doch links von uns weiß aber ja und hier ist auch noch mp40 hinten dran von tally und und lenin und lenin grad mg sein wort sich ich habe ausgesorgt ich habe auch was angemacht ich bin jetzt das so gekommen ich denke macht sie mit mann ein toter soldat ich habe einfach nur f gedrückt ich habe die ganze zeit laufen gelassen ich mache dann einfach nur ein cut bis man dann halt da neu aufgenommen man kann doch hier übel zu campen oder sagt doch nicht so ich wollte gar nicht auf der war bei 11 gedrückt hallo gut gescriptet gut gescriptet er wird schon wieder er kurz hier durchtippt durchstellt durchstellt noch kaka ich kann ja auch nicht von hinten aber aber man kann hier übelst kämpfen manche sie auch ganz hinten an das tor dran das war nicht wahr wo man die wirft okay auf vier zeigen wir auf in der hand werfen wir einen mund ich essen was gibt mir hier strom schon angemacht ist die peter ob er gut ist damit nur los tausend sei doch nicht so geizig unter dem wo ohr zu glück wo sind die gespawnt trägt hinter mir ich kann nicht mehr werden anrufen rott woher mann alles ist dumm wie schnell die spawnen rundherum nicht an sich sporen schon schon was man will bei diesen gelungen gespawnt die sind schon da die sind einfach schon da in b egal dass er nur mit dem können dann kommen ist und auch vielleicht ist ein kann man hier im wasser reinspringen okay down wir haben verloren ja sie sind doof das hatten sie mal bei dem minecraft map da ist so lava und wenn wir da reinspringen haben alle verloren eigentlich hätte ich mir auch mal gedown oder doch mal das war mit einer der ersten maps ich gesagt habe schon ein jahr her oder so ein jahr bauwärts an m m m m m m m Schau! Dann... Dann... Jetzt ist er in der Kilo weg! Oh man! Oh jetzt muss er die dicken Geschütze auffahren! Scheng-Scheng macht die Meppern! Scheng! Scheng! Der Wolf ist leer! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Bowling! Uuuuh! Oh jetzt muss ich wirklich siezen! Ah! Jajajaja! Und ich kann mein Mikrofon nicht muten! Ich... Da geh ich immer auf muten aber irgendwie geht's nicht! Ja bei Dings hättest du ja schnell muten können! Bei... Bei S-Dem... Push-to-Talks nicht angemacht! Aha! Eik, du musst du immer drücken! So dass du nicht redest! Also wenn... Ja ich war schon, war schon! Du bist dumm! Zockst... Zockst irgendein... Irgendein EOS-Shooter brauchst du schon... brauchst du schon 20 Finger um das hinzukriegen und da brauchst du noch einen mehr damit du hier Push-to-Talk aktivieren kannst! Ja! Egal soll ich mal aufkaufen? Äh... Oder noch eine campen hier? Lass mal eine Runde campen! Okay! Wir sind noch kleine Camper! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Hör auf auf! Ne was kann man hier eigentlich machen? Kann man aktivieren oder was? Oh! Okay 75.000 ist Endgame! Das gehört? Nö! Wollt ihr nicht so hören! Okay! 75.000? Ja! Ich will es noch human nicht wie bei Rocket Base! Ja! 250.000 gell! Das ist unmenschlich! Ich hab so Bock Zombies zu spielen aber aber nicht so lang! Also maximal 100.000! Das letzte wollen wir den lassen? Ist schlimmer als eine LOL-Runde! Ne Junge! So eine richtig lange so eine Stundenrunde! Und jetzt müssen wir noch eine campen! Okay! Kann ich? Ja, ja, ja! Alright! Ich weiß nicht! LOL! Also ist ja so ein MMORPG einfach nur Person vs. Person gell! Äh... Kannst ja auch dir mal downloaden! Kannst ja kostenlos downloaden! Ich weiß! Ich hab schon mal downloaden! Ich hab's gespielt aber... So Person vs. Person MMORPGs gefallen mir nicht! Wenn dann so... Raids wurde aber sich Monster Raiders! So Postmonster und so... Wo du übelst Teamwork machst! Äh... LOL! Bei Kassel im Team gespielt! Ich bin zwar übelst schlechte LOL noch! Bist jetzt immer noch? Also... Wärts rein Ranked Games gemacht? Hm... Beziehungsweise... Ich bin ja noch nicht Level 30! Also kann ich noch kein Ranked Game machen! Aber so eine normalen Games! Äh... Da hab ich jetzt... Zwei gewonnen und hab drei oder vier gespielt! Also... Relativ gut eigentlich! Für mich! Wenn ich anfangen... Besiege ich nicht sofort! Klar! Naja... Ich hab auch kein Bock! Das weiß nicht! Person vs. Person gefällt mir nicht! Außer es ist in einem... MMORPG, was normalerweise Rates hat und dann mal kurz... Purses Bursen Bursen! Aber wann rein ist... Pursen vs. Pursen... Ehh... Und wieso sag ich die Langemessung? Und wieso sag ich nicht einfach PvP? Ehh... Aber dem sag ich! Ehh... Was glaubst du mit Folge? Ehh... Schlafst du so? Wow! Was das? Alter! Nein, 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 nein! 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 Greiche die Beine aus! Kommt der denn her? Du mit dein scheiß Granaden! Da, 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 da ist... Ähh... 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 Ne... Ja, die holst du dir! Ja! Das ist immer nicht! Du, 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 du! Ich geb dir kein Backup! Räug nicht! Ich bin ein Russe! Ich bin ein... Du, 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 du! Ich bin ein Scheiß! Das ist wirklich verrägt hier! Wenn du Crawler einfach nicht siehst! Vor allem bei den ganzen Leichen hier! Jawolln! Ich finde den, die World-at-War-Zombie-Modus-Helden sind noch ein bisschen blutiger machen können. Ja, ist ja nicht schon übelzart hier. Ich habe eben gesehen, bei Zombie-Modding gibt es jetzt eine neue Art von Zombie-Modding. Nicht World-at-War-Zombie-Modding, sondern Black-Obs-Zombie-Modding. Haben Sie es geschafft oder was? Also ich habe sowieso schon mal... Ich habe da mal reingeguckt, aber da sind noch keine Maps verfügbar. Naja, da habe ich auch schon mal geguckt, weil das ist ja kein... Von Triarch wurde das ja offizielle Mod-Tool veröffentlicht bei World-at-War. Aber bei Black-Obs-1 wurde es nicht gemacht, bei Black-Obs-2 genauso wenig. Ja, von Black-Obs-2 will ich es auch gar nicht haben. Weil das ist... Ach, da würde ich aber auch gehen haben. Das ist bestimmt noch mehr Möglichkeiten. Warte mal. Lass den mal leben. Ne, äh, Black-Obs-2-Zombies finde ich scheiße. Aber Custom-Zombies dann wieder. Ja, das... Kann man was gut machen, aber... Wenn man sich schon am Anfang versaut hat, dann kann man sich nicht mehr so richtig gerade... Was ist das? Wie sieht das hier aus? Sieht aus, ob hier so ein Eisen-Croll hier was hingeschissen hat. Also, mir gefällt es mir vom Aussehen her echt nicht. Sieht aus, ob wir hier gleich, äh... Wie groß das vor allem ist, Mann. Wie sieht das aus, wenn du nach oben guckst und läufst. Ich bin schnell! Hi, hi, hi. Ah! Echt jetzt? Ja. Ich wollte Jack suchen, Mann. Ach, Jack suchen. Okay, das sieht aber wirklich geil. Wow. Das sieht aber wirklich geil aus. Sieht aus, ob du im Universum reinläufst. Ja, Mann. Oh, Panzer... Äh, nee. Einfach nur ein Geländewagen. Mann, wo ist denn hier, Jack? Jack, komm zu uns! Wir rufen dich! Pokémon! Juggernaut! Ich werde dich... Japanisch! Vielleicht kann ich's lesen. Nachher... da oben, helfen die uns? Ich hoffe mal. Sind feindlich. In Ordnung. Was ist das? Ach, endlich. Los Santos! Radio! Die sind im Startraum. Sie verarschen. Können wir auch noch rechts lang laufen? Haben wir den hier eigentlich aktiviert? Ich geb dir mal den nächsten meinen Steam-Account, gell? Wieso? Ähm, dann lädst du dir mal Black Ops 2... Äh, Black Ops 1 runter. Um meinen Account. Wieso? Mach mal. Wieso? Und dann startest mal und dann sag mir mal, wie viele Frames du hast. Wenn du spielst. die nächste Auflösung also die Bildschirm größer 800 mal 600 600 die ganz kleinste da habe ich nur mal Frames also 100 Frames so dass es so mal socken kann auch und wenn es 1.200 Stelle habe ich schon wieder nur noch 30 und das leckte er hat ein bisschen ja klar für PC-Spieler nicht die sind 120 mindestens gewöhnt aber so als Konsolenspieler na gut selbst COD läuft ja auf Konsole mit 60 ja aber da merkt man es nicht ja aber ich kann bestimmt also bestimmt du hast ja auch so eine Brille oder so einen Helm auf wie so ein Predator wenn ich Battlefield 4 auf Ultraschall spielen kann obwohl es ja noch nicht die Final Release Version ist ich glaube die Grafik noch besser aber wie sie alle rumgeflamed haben das das ist doch das ist eine Demo das kriegen sie nie fertig fand ich übelst geil also rübelst rumgeflamed wegen die ganzen Bugs in der Beta hallo das ist die Beta das sind bestimmt eh noch die Alpha ja sicher nicht sind doch eh noch nicht alle Texturen da oder wenn das Hochhaus einstürz weißt du nicht hast du es schon mal so weit gebracht ja klar hä du kannst es auch also du musst es nicht zum Einstürz bringen ja ja ich weiß aber ich habe es auch nicht gemacht irgendwelche Teammates haben es gemacht ich war da gerade auf den Jetski auf einmal hatte ich noch oh 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 da war noch jemand bei mir guck mal was hier abgeht jetzt fliegt das Ding zusammen und dann bam aber die Wellen haben sie noch nicht reingemacht ganz viele haben sie noch nicht reingebracht und ich weiß nicht ob die Texturen also wenn das Hochhaus eingestürzt ist ich weiß nicht die Landschaft die ist mir ein bisschen zu weiß ich weiß nicht ob sie es so lassen oder ob sie da noch ein paar Texturen rein machen irgendwie also es ist alles so weiß nicht weiß ey dein Ernst oh 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 der BIE ist da stirb wir müssen da wo ist denn hier Jack man ist es da auf der rechten Seite und da eine geheime Tür oder wie wo wir eben da wo ist da ein Klinges aufgekauft haben Quickscope oh oh und nur eins haben wir gekillt zwei bitte ja ich habe nur 50 Punkte gesehen das waren aber 100 oh vorbei reisst ne NOSCOP vorbei auf der Fiebse na ha 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 Guck mal da Oh Lången Shot Lången Shot und du verschwendest echt seine wunderbare Munition Ja, die ganzen paar Zombies? Ja. Hallo, die paar Zombies, die könnten dich töten, ja. Haben sie auch gemacht, von daher. Boah! Das super Hi-Fi-Getränk, was du wegschmeißen kannst in der Hütte. Oh, in der Hütte die Hütte ist. Oh. Was? Jetzt bist du down. Alter, ich bin Rice, ne? Jetzt bist du down. Oh, ich bin Rice! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich bin gerne noch Anfang auf 1 gegen 1 an, ja. Oh, nee. Wenn du dich betrifft. Stopp. Hm, Rice. Ich treffe die ganze Zeit. Wie war das mit dem, Ich bin Rice? Ich kann gut glauben. Du hast noch zwei Schussgeld.